Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade ein Wal unterwegs und heute bin ich auf einer kleinen Kochtour unterwegs. Dafür werde ich den Oschi hier benutzen und zwar machen wir uns eine Trüffelnudelfanne. Samwise ist anscheinend auch schon ganz schön gierig, denn der Moser die ganze Zeit rum. Es ist kälter geworden, ich habe ordentlich Hunger. Wir gehen auch schon langsam auf Dämmerung und Dunkelheit zu. Ich würde sagen, dann gehen wir mal langsam los. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt er einfach dran. So, was für Zutaten haben wir denn dabei für unsere kleine Trüffelnudelfanne? Da fangen wir mit vorgekochten Nudeln an, Cappelletti, die ein bisschen mit Mozzarella gefüllt worden sind. Wir brauchen noch eine Soßenbasis, das ist in diesem Fall Schlagsahne. Natürlich namensgebend das Trüffelöl, nur Öl, keine richtigen Trüffel, weil so reich bin ich nicht, um das mal eben alles zu besorgen. Ein bisschen Knoblauchöl, ein paar Lauchzwiebeln, Gewürzkombination mit allem, was man so drin braucht, Salz, Pfeffer etc. Und ein Stück Parmesan zum oben drüber reiben. Da freue ich mich schon richtig drauf, weil ich habe auch langsam Hunger, es ist schon ein langer Tag. Es ist ein bisschen kühl geworden, legen wir mal ein bisschen los und machen uns warm. Oh! So, die Cappelletti, die wärmen wir jetzt schön erstmal ein bisschen im Knoblauchöl an, aber nur ganz leicht, bevor wir anfangen die Soße dazu zu machen. Nein Hund, was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich würde sagen, jetzt warten wir erstmal bis ordentlich warm wird. So, die Pfanne ist jetzt ordentlich warm. Jetzt fangen wir an, die Sahne als Soßenbasis dazu zu geben. Wunderbar. Verschiedenste Gewürze, so viel man Lust hat. Und einen kleinen Ast, den wollen wir nicht haben. Wir schneiden jetzt schon mal Frühlingszwiebeln rein. Wunderbar, jetzt fängt es auch langsam mal zu köcheln. Um jetzt den Trüffelgeschmack zu bekommen, könnte man jetzt natürlich die Trüffel kaufen und dann reiben darüber. Man könnte aber auch einfach sich Öl besorgen. Schmeckt natürlich niemals ganz so geil wie frische Trüffel, aber auch so nicht schlecht. Und jetzt warten wir einfach, bis das Ganze reduziert ist, geben dann noch den Käse oben drüber und dann ist auch schon Essenszeit. Das Ganze könnt ihr natürlich auch noch gut mit einem frisch gebackenen Brot irgendwie garnieren oder sowas in der Richtung. Ihr könnt natürlich auch nebenher noch Pfannenbrot selber machen. Also ihr könntet jetzt das hier zum Beispiel in einem kleinen Topf machen und dann in der Pfanne nebendran noch mal ein Brot selber machen. Musik Na, wie weit ist es reduziert? Noch nicht ganz, aber es wird immer besser. Wir können ja schon mal probieren. Ja, genau die richtige Salzmischung. So, jetzt ist es halbwegs vernünftig reduziert. Ihr seht das daran, dass das nicht mehr so mega hin und her flüschelt. Und jetzt reimen wir uns ein bisschen Parmesan rein. Et voilà, ist fertig. Ah, guckt euch das an doch. Wenn das nicht lecker ist, dann weiß ich auch nicht mehr. So, man judt den Hunger, ne? Jawohl. Die Soße ist wirklich ausgezeichnet gelungen. Die Cappelletti sind genau richtig durch. Die kleinen Lauchzwiebeln in der Trüffelsauce geben nochmal ein besonderes Aroma. Finde ich geil. Und der Trüffelgeschmack kommt auch gut durch. So lässt sich's leben. Knoblauch, Lauchzwiebeln, der Trüffelgeschmack, ein bisschen Parmesan drüber. Das ist einfach lecker. Mega fettig, aber einfach intensiv. Man könnte vielleicht noch ein bisschen frische Petersilie hinzutun. Ich weiß nicht, ob das da nicht zu viel wäre, wegen den Frühlingsfiebeln dann schon. Aber ich glaube, das könnte nochmal ganz gut ergänzend dazukommen. Aber ein dickes Stück Parmesan. Aha. Solche und ähnliche Gerichte habe ich zu Hause schon ein paar Mal gemacht. Was mich mal auf die Idee gebracht hat, ist, es gab mal an Silvester so ein Showcooking im Restaurant. Und da haben die Tagliatelle, also das sind die platten Spaghetti, in so einem Parmesanlaib drin geschwenkt. Also einen richtig ausgehörten Parmesanlaib. Da haben sie die heißen Nudeln reingetan, da drin so geschwenkt und dann Trüffel rübergerieben später. Ist natürlich durchaus edler als das, was ich hier gemacht habe. Aber für das mit hier draußen machen, und ich habe ja trotzdem echten Parmesan verwendet, ist das schon ziemlich geil. Du hast Bock, ne? Ich habe das Ganze auch schon mal mit Nudeln gemacht, die nochmal eine eigene Trüffel- und Pilzfüllung hatten. Ich muss sagen, das war mir ein bisschen zu viel. Das war over the top. Das hier ist jetzt eine Mozzarella-Tomatenfüllung in den Cappelletti drin. Cappelletti sind sowas wie Ravioli, nur ein bisschen anders. Ja, Freunde, so kann man es sich wirklich gut gehen lassen. Und wie gesagt, wenn ihr nochmal Pfannenbrot dazu macht oder so, habt ihr noch was zum Dippen, dann habt ihr auch eine Portion für zwei. Das ist jetzt mehr so eine Portion für einen. Eine gut gemeinte Portion für einen. Das muss man natürlich dazu sagen. Ich muss sagen, äußerst lecker. Schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare rein, zu diesem kleinen Rezept. Total easy zu machen. Ich finde es super lecker. Ja, vielleicht habt ihr ja noch Ergänzungsvorschläge, was man vielleicht noch besser machen könnte bei einem Rezept. Hör ich mir immer wieder gerne an. Ansonsten geht die Sonne langsam unter. Es wird immer dunkler. Ja, bald ist wieder nach Hause geht's halt. So ist es halt. Manchmal muss man wieder nach Hause. Ich hoffe, das kleine Kochvideo hat dir gefallen und du lässt dem Video ein Like daher. Hier links und rechts oben findest du weitere Koch- und Buschkraft-Tourenvideos. Einfach mal reinschauen. Und hier rechts unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Da findest du auch einen Abonnieren-Button für meinen Zweit-Gear-Kanal, falls sich Ausrüstungsvideos interessieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Und ich werde jetzt erstmal weiter essen. Ist ja gut. Du kriegst auch noch was. Alles gut.